Und wer ist derjenige dahinten eigentlich? Mit dem scheiß Mittelfinger, den ich in den Arsch stecke. Digga, Alter. Das ist Deutschlands größter Sex-Apple der Welt, Digga. Der sexiest man in Germany, Bruder. Aber Bruder, ich merke, was hat der für eine Hand, Bruder? Ich selber mal kriege eine Backpfeife von dieser Hand. Oh, Bruder. Das war's dann, Digga. Feierabend. Du kommst gar nicht mehr drauf, klar. Wie die so schön weich schweißen oder dann denkst du, du gehst schlafen zu denken. Aber wo ist mein Bild, Bruder? Wo ist mein Bild, Mann? Wer ist das denn jetzt schon?